Ich habe noch eine wunderbare Angriffspartie aus Runde 11 der österreichischen Bundesliga gefunden. Da spielen ja auch die Svane-Brüder mit und der Rasmus und der Frederik für die Sparkasse Jenbach, so heißt das in Österreich eben. Und ja, die Partie ist wirklich toll. Die gucken wir uns gemeinsam an. Gegner vom Frederik Svane war Milos Perunovic, serbischer Großmeister, 40 Jahre alt. Hat vielleicht seinen absoluten Zenit inzwischen überschritten, aber immer noch ein ganz starker Großmeister. Also wir gucken uns die Partie an und dann erzähle ich euch auch noch, was ist denn jetzt mit dem Grenke Open, dem Grenke Invitational und wer ist vor Ort und bin ich auch vor Ort und wie wir das alles regeln. Das erfahrt ihr alles im Video. Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesseleis Gunnis YouTube Kanal. Also bevor wir uns jetzt diese schöne Partie anschauen, die ich gefunden habe beim Durchschauen von so vielen Partien, kann ich euch noch sagen, ja Grenke Open, liebe Leute, das startet ja am kommenden Donnerstag, den 28. März. Und mit der ersten Runde am Abend und ja, ich bin vor Ort also. Ich hoffe ihr auch, einige von euch, sprecht mich an auf einen kurzen Plausch und vielleicht kann man auch mal ein Foto machen und so weiter. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich ziehe mein Chesseleis Cappy auf und wenn ihr, das muss ich unbedingt doch loswerden, wenn ihr auch so ein kleines Merchandising Fanartikelchen tragen wollt mit T-Shirt, whatever, dann könnt ihr ja im Shop noch shoppen gehen. Hier findet ihr alle Links unten in der Videobeschreibung. Ha, jetzt habe ich wieder mal Werbung für meinen kleinen Fanshop losgemacht. Wie ist er zustande gebracht? Wunderbar. Gut, also wie gesagt, das sind ja Wahnsinn. Das sind ja 2700 Teilnehmer, haben sich bereits angemeldet beim Grenke Open. Es gibt noch ein Invitational, im Open wird klassische Bedenkzeit gespielt, im Invitational allerdings 45 Minuten plus 10 Sekunden. Da spielt Magnus Carlsen mit, der Weltmeister, der ehemalige Weltmeister. Also, Vincent Keimer, der aktuelle Weltmeister, Ding Liren, Richard Rapport, Maxim Waschirla-Graf und Daniel Friedmann und so weiter. Also, das wird ein Riesenevent. Karlsruhe ist die Schachhauptstadt Europas in den kommenden Tagen. Also, ich freue mich sehr, euch da zu treffen und jetzt gucken wir aber Schach und jetzt kann ich aber jetzt wirklich noch einen Spruch sagen. Ihr wisst, was ich sagen will. Wenn euch das hier gefällt, was ihr seht, dann lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst oder unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. Das haben getan, der, na was hat getan, so muss ich sagen, der Manfred. Hier oben bist du verewigt, lieber Manfred. Dankeschön für die Unterstützung und ja, genau, Mittelfranken ist der Bezirk, in dem ich wohne, lebe und auch Schach spiele. Also, jetzt gucken wir mal Schach hier. Frederiks Wanne eröffnet die Partie mit E4. Hier, schon mal die richtige Entscheidung. Ein C5, ein Sizilianisch von Milos Perunovic. Springer F3, E6, okay. D4, einmal nehmen, einmal nehmen und jetzt kommt, also hier kann man natürlich auch in so einen Igelaufbau gehen. Ihr wisst schon, A6 und B6 und D6 und damit C7, so ein Igel eben. Oder man geht in die sogenannte Taimanov-Variante. Das ist hier ein Springer C6 an der Stelle. Und das alles ist wahnsinnig theorielastig. Ja, Springer C3 vom Frederik, Dame C7 hier der übliche Zug. Übrigens, für euch mal zur Einordnung, so ein Springer B5 oder sowas, ja, bringt hier nichts. Die Dame geht einfach nach B8 zurück und dann wird der Springer wieder gekickt. Und das Feld D6 ist ja zweimal kontrolliert vom Läufer und von der Dame, die dann auf B8 steht. Also bringt nichts, deswegen hier Entwicklung der Figuren. Läufer D3, hier kommt A6, auch alles Standard, ja, da können wir jetzt relativ schnell drüber hinweggehen. Läufer D3 hier, B5, also sofortiges Gegenspiel oder Aktivität hier am Damenflügel. Natürlich B5, warum denn nicht? Man muss immer natürlich mit so einem, also man muss halt wissen, also ein Opfer geht hier nicht. Das kann ich euch gleich mal sagen, weil der Bauer auf D7 steht. Deswegen muss man aber mit Springer schlägt C6 rechnen. Wenn man als Schwarzer so früh hier expandiert am Damenflügel, dann muss man mit solchen Abtäuschen rechnen. Und das ist auch theoretisch korrekt alles. Und man nimmt hier üblicherweise mit der Dame wieder nicht mit dem Bauern, weil wenn man mit dem Bauern nähme, dann gibt es ein sofortiges A4. Das ist unangenehm für Schwarz. Ihr seht, der Königsflügel von Schwarz ist überhaupt noch nicht entwickelt. Und hier wird sofort schon der Damenflügel attackiert von Weiß. Ja, man kann vorbeiziehen, dann würde Springer B1 kommen. Der Springer findet über D2 fantastische Felder hier, zum Beispiel auf C4, vielleicht auch auf B3. Das ist klar besser für Weiß und deswegen macht man das nicht. Deswegen nimmt man hier besser mit der Dame. All das immer noch reine Theorie. Also wer hier noch im Buch ist, der ist Sizianisch-Spieler, respektive kennt sich gegen Sizianisch aus, gegen Teimanoff. Dame D2 hier und Läufer B7. Und jetzt ist es eben so, jetzt muss ich Weiß entscheiden, rochiere ich denn jetzt kurz oder rochiere ich denn jetzt lang? Und der eine oder andere von euch wird vielleicht sagen, naja, lange Rochade, in dieses B4, A5, A4 reinzulaufen, ist das wirklich angemessen? Und ich kann euch sagen, es ist angemessen. Also Frederik rochiert hier in aller Seelenruhe lang und das kann man machen. Natürlich kommt B4, ja, ist ja keine Frage und der Springer geht einfach weg. Und es ist immer noch so, die Stellung ist sehr nah am Ausgleich. Ja, ihr habt recht, der Königsflügel von Schwarz ist nicht entwickelt aktuell, nicht wirklich. Auf der anderen Seite hat Schwarz hier viel Raum am Damenflügel, um zu lavieren mit seinen Figuren. Aber Zeit wird es natürlich, dass er seine Figuren ins Spiel bringt, weil der Läufer und die Dame alleine richten auch nichts aus. Also, ihr seht, jetzt ist schon mal Druck auf dem E4, der hängt aktuell, aber Frederik spielt hier auch nochmal Seelenruhe, König B1. Und jetzt kann man hier nicht nehmen. Warum nicht? Das seht ihr alle. Naja, wenn Schwarz hier nimmt, nehme ich zurück und dann nimmt man hier und dann ist plötzlich eine Mattsetzung. Nee, ne? Also wir nehmen mal nicht auf E4. Wir müssen erstmal die Dame da wegziehen und jetzt hängt der Bauer tatsächlich. Ja, jetzt hängt er. Deswegen spielt Frederik jetzt F3. Wunderbar. Letzte Figur wird entwickelt, Läufer E7. Und Frederik übt den Springer nach D4 rein. Da steht er ja mal nicht so schlecht. Schwarz rochiert hier weg. Und jetzt haben wir quasi, ich sage mal, die Eröffnungsphase abgeschlossen, wenn man so sagen darf. Alle Figuren sind im Spiel. Und es ist die große Frage, wie so oft bei heterogenen Rochaden, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt besser? Wer ist schneller? Ja, und ich kann nicht mal sagen, der Computer gibt die Stellung als ausgeglichen an, aber mit einer leichten, leichten Tendenz für Weiß. Warum ist das so? Weil Weiß hier ziemlich schnell attackieren kann. Natürlich spielt Frederik Swane G4. Ist ja klar. Er möchte hier gerne den schwarzen Königsflügel stürmen. Und die Läufers stehen einsatzbereit, gucken schon mal in die richtige Richtung. Und vor allen Dingen hier der Bauernsturm und so. Das wird ganz schön schnell gefährlich. Und die Frage ist, kann Schwarz denn dagegen halten mit einem Gegenangriff? Naja, wir stehen erstmal unseren Turm nach C8. Das kann nicht schlecht sein. Es ist aber schlecht. Also, ich habe ja gerade gesagt, der Computer sagt, das ist ungefähr ausgeglichen. Was sollte denn Schwarz hier ziehen? Naja, der Durchbruch D5 wäre nicht so schlecht. Oder auch so ein Zug wie Läufer C5, damit man immer in der Lage ist zu entlasten. In irgendeiner Form. Das wären die richtigen Züge gewesen. Man kann hier vielleicht auch nach Läufer C5 noch da mit B6 spielen. Den Druck auf den Diagonalen ein bisschen erhöhen. Solche Manöver, ja. Aber nach Turm C8, ja. Dann kriegt Schweiß noch mehr Tempo in den Angriff. Turm C8 ist zwar ein verständlicher Zug. Natürlich. Aber er bringt, er droht nichts. Schwarz ist nicht in der Lage zu entlasten. Deswegen spielt Frederik H4. Ja, guter Zug. Jetzt kommt dann doch Läufer C5. Aber jetzt ist dieses Tempo, was Weiß gewonnen hat, sehr, sehr wichtig. Natürlich spielt Frederik H5. Das wäre in dem anderen Fall nicht so ganz so gravierend gewesen, weil eben der Bauer dann noch gar nicht auf H5 stünde, ja. Jetzt, warum H5? Ganz einfach, damit nach dem Evento in G5 der Springer nicht nach H5 kann zum Blocken. Deswegen spielt man hier erst H5 und dann G5. Okay. Und dann muss der Springer nämlich irgendwo sonst sich verzupfeln, aber nicht nach H5. Es kommt jetzt so ähnlich, wie ich beschrieben habe. Aber am Ende des Tages hat Weiß mehr Tempo bekommen, ja. Durch diesen Zugturm C8, der gut aussieht, der normal aussieht, aber in diesem Fall nicht so ganz genau war. Okay. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend natürlich. Natürlich, zuerst mal hängt der D4, ja. Ich habe eben schon gesagt, Druck auf dieser Diagonalen, okay. Der Springer hängt, aber wir decken den einfach. Wir spielen Läufer E2, das ist ein guter Zug. Und der Springer ist gedeckt. Jetzt kommt dann D5. Und das schwarze Gegenspiel ist schon erkennbar, ja. Es ist so, dass die D-Linie eventuell massiv gefährdet ist, aus der Sicht von Weiß. Schaut mal nach Turm D8 und dem Schlagen. Hier öffnen sich plötzlich wichtige Linien, zum Beispiel die D-Linie. Ihr wisst schon, Gegenüberstellung, ja, Turm Dame. Also das ist überhaupt nicht klar. Und deswegen sollte Weiß zusehen, dass er hier mal die Tore schließt, nämlich mit E5. Also wir ziehen hier vorbei, wir lassen das Zentrum geschlossen. Und der Springer, wie vorhin schon beschrieben, kann nicht nach H5, also muss er nach D7 zurück. Okay. Ja, jetzt hängt plötzlich der Bauer, aber den kann man decken. Jetzt haben wir hier die vorgerückte Badewanne gebaut, ja. Man nennt das ja die Badewanne. Ich nehme mal andere Farben, damit ihr es besser seht. Und Wasser ist ja bekanntlich blau. Also, hier die Badewanne. Und es ist immer sehr gefährlich, wenn jetzt hier diese G5, G6 Breaks kommen. Das ist sehr gefährlich für Schwarz. Auf der anderen Seite ist Schwarz durchaus in der Lage, gegenzuhalten. Man darf jetzt hier nicht, ich sag mal, in Panik verfallen aus der Sicht von Schwarz und irgendwie A5, A4 und bloß schnell irgendwie einen Angriff lostreten. Und zuerst einmal ist der Verteidigungsmodus angesagt und es gibt hier einen guten Zug. Und zwar ist das der Zug F6. Den muss man sich auch erst mal spielen trauen, zugegeben. Aber der Zug ist gut. Ja, das ist auch die Top-Empfehlung der Engine hier, F6. Was heißt denn das? Naja, der Bauer hängt zweimal. Richtig? Genau. Bisschen umständlich zu decken, wenn überhaupt. Und deswegen nehmen wir hier raus auf F6. Okay, der Springer nimmt, da ist er wieder, der Springer. Und er möchte sich plötzlich nach E4 reinpflanzen. Hm, ja, das verhindern wir mal besser mit Läufer F3. Schwarz spielt trotzdem Springer E4. Okay, der Springer ist zu stark, den müssen wir entfernen. Die schlägt E4. Und die Dame geht schon mal nach H2. Das ist ein guter Zug. Und das ist eine wahnsinnig spannende Stellung. Leute, wenn ihr euch mal in diese Stellung ein bisschen so verinnerlicht und ein bisschen analysiert, drüber nachdenkt, das habe ich auch gemacht, im Vorfeld hier der Aufnahme, das ist überhaupt nicht leicht. Und es ist mir gar nicht klar, ob Weiße eigentlich so einen großen Vorteil hat. Laut Computer habe ich dann natürlich dazu genommen, ja, hat er, er hat einen Vorteil, aber der ist gar nicht so groß. Was muss denn Schwarz hier spielen, um gegenzuhalten? Nun, das sind schwierige Züge. Also zum Beispiel ist ein Zug, eine Computerempfehlung, Turm CE8. Hm, ja, ist das menschlich verständlich, den Turm von der halboffenen C-Linie zu einer Verteidigungsfigur auf E8 zu machen, hier den zu decken? Weiß ich nicht, eine andere Möglichkeit ist, Läufer D5 hier mal diese etwas anfällige Struktur zu stärken. Das wäre nicht so schlecht, Läufer D5. Man muss halt immer mit H6 rechnen und das berechnen. Was ist denn nach H6 eigentlich los? Aber das ist eventuell zu verteidigen, das Ganze für Schwarz mit genauem Spiel. Und was hat der Milos Perunovic hier gespielt? Er hat den Turm D8 gespielt, also nicht nach E8 und auch nicht Läufer D5, sondern er hat den Turm hier auf die offene D-Linie postiert. Und das, das ist ja manchmal auch faszinierend im Schach. Das ist ein unscheinbarer Zug, ja, ein verständlicher Zug und er ist schlecht, ja. Der Wahnsinn ist, dass der D4 auch noch hängt, ja. Also der ist ja einmal, zweimal, dreimal angegriffen und nur zweimal verteidigt. Der hängt. Aber Frederik sagt, ja, dann häng du mal rum, du Gaul in der Mitte, ich spiel trotzdem H6. Wow. Mhm. Was hat denn das zu bedeuten? Naja, wenn wir jetzt hier nehmen, das geht mal gar nicht. Dann nehmen wir nämlich auf G7. Und jetzt könnt ihr ja vielleicht sagen, ja, Moment mal, ich kann ja hier auf G7 nehmen. Ja, das stimmt, aber dann schlage ich auf H7. Der König hat nur ein Feld und jetzt, wisst ihr, was ihr gar nicht beachtet habt, die Dame hängt. Ja, ja, also das Nehmen auf G7 scheidet aus. Man kann hier vielleicht noch sagen, können wir nicht den Turm retten und irgendwo hin? Nein, können wir nicht, das ist nämlich ein sofortiges Matt. Also, die ganze Kombination mit H6 funktioniert. Schwarz ist nicht in der Lage hier zu nehmen. Okay, also, haben wir erkannt, wir müssen also eine Verteidigungsfigur hinzuziehen. Zum Beispiel Turm F7, ja, kam in der Partie. Oder G6 geht auch. Wobei, G6, ne, noch ein Hebel mehr. Dann würde Weiß sofort R5 spielen, ja. Und das Ganze ist eine ultrascharfe Stellung. Und man muss aber auch solche Manöver beachten, Mattmanöver hier schlagen und vorwärts und noch manche. Das ist der Hammer. Übrigens, jetzt kann man wieder nicht nehmen hier. Warum nicht? Na, dann nehme ich einfach mit dem Turm. Und wenn ihr hier wieder mit dem Turm nehmt, was passiert dann? Dann spiele ich jetzt Dame E5 mit Angriff auf den Turm und einer Mattdrohung hier unten. Das Ganze ist instabil und bricht zusammen, wenn Schwarz nicht die perfekten Züge findet. Also, ich kann nicht mal sagen, die Engine gibt hier schon weiße Gewinnstellung an. Unglaublich. Nur wegen diesem kleinen Zug. Also, okay. Aber Milos Perunovic kämpft. Er spielt hier Turm F7. Okay. Und natürlich, was würdet ihr ziehen? Was würdet ihr ziehen? Natürlich F5 hier an der Stelle. Das sind die Breaks, ja. Und jetzt, jetzt, natürlich muss man sich fragen, kann man denn jetzt auch D4 nehmen? Das kam in der Partie. Ja, aber Frederik schlägt einfach auf G7. Das, wie gesagt, das ganze schwarze Konstrukt bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Einmal gegen gepustet. Es bricht zusammen. Man, man, es droht hier einfach simpel Matt. Ja, es droht Matt. Also müssen wir abwehren, indem wir Turm schlägt G7 spielen. Klar. Aber jetzt kommt der Einschlag auf D4. Das hatten wir eben schon mal in der Variante, was ähnlich ist. Turm schlägt D4. Läufer schlägt D4. Und damit schlägt D4. Moment mal. Moment mal. Ziehen wir mal Material. Huch. Schwarz hat eine Figur mehr. Stimmt. Das ist richtig. Aber Frederik hat weitergerechnet. Frederik hat dieses Gigantenschach auf B8. Und ihr seht, der König ist nicht in der Lage, die 8. Reihe zu verteidigen. Und der Turm kann auch nicht dazwischen. Der einzige Zug ist hier König F7. Aber jetzt holen wir uns die Figur zurück. Okay. Gut gerechnet von Frederik. Aber das Material ist ausgeglichen. Dame und Turm und jeweils 5 Bauern. Hm. Das Problem ist, wie so oft, dieser offene König. Ja. Es ist ein Schach. Der König muss irgendwo hin. Und er wird erlegt. Der König kann nicht überleben. Also es ist auch völlig egal, wo er hinläuft. Er ist in diesem Fall nach F6 gelaufen. Und jetzt sagt der Computer jetzt hier wieder pragmatisch. Der sagt einfach, nimm den A6 und nimm dann den. Und mach einfach das Endspiel klar und gewinne einfach. Stimmt, ist so. Aber Frederik hat da mit C8 gespielt. Das ist auch gut. Ja. Das ist nicht ganz so, ich sag mal, staubtrocken wie ein Computerzug, den man hier auf A6 nimmt. Aber da mit C8 ist auch gut. Miloš hat noch so ein paar Tricks auf Lager. Ihr seht, Turm D7. Plötzlich droht hier Matt. Achtung, ja. Aber gut. Wir spielen einfach B3. Kurz aufgepasst. Alles wunderbar. Und Schwarz nimmt auf F5. Und, hm, weiß ich nicht, ja. Traut ihr dem Braten? Ist das wirklich immer noch eine Gewinnstellung für Weiß? Frederik ist halt ein klasse Mann. Natürlich ist es immer noch eine Gewinnstellung für Weiß, ja. Zum Beispiel kann man hier mal einen Schach geben. Das ist extrem unangenehm. Ich habe ja gesagt, dieser König steht offen wie ein Scheunentor und der König steht zu offen, ja. Also er kann nach E5 laufen. Naja, da war dann der F5, der alles hängt. Und, also, letzten Endes, was ist denn mit Turm? Die F7, das kam in der Partie, ne. Ja, das Ganze führt auch zu nichts. Schaut mal. E5 in der Partie von Frederik Swane. Der König, äh, ja, wohin? Hilfe. König E6. Äh, Verzeihung. König E6 natürlich, weil man den Turm gedeckt halten muss hier, ja. Äh, aber jetzt kommt der andere böse, böse Turm dazu. Turm H6, hier, äh, König E5. Ja, naja, und jetzt müssen wir noch nicht mal nehmen. Das Leben ist langweilig. Liebe Schachfans, was zieht man denn hier? Was zieht man denn hier? Natürlich, Dame B8, völlig klar. Mit Matt in zwei, ja. Ähm, der König, wo geht denn der hin? Hier hin, oder was? Naja, das ist ein Matt. Das ist ein Matt und, und was, was, was habt ihr sonst noch? Ihr könnt nichts machen. Ihr könnt einen Turm dazwischen ziehen oder eine Dame, aber in beiden Fällen nehme ich alles weg. Ich nehme einfach alles weg und setze Matt. Also hier, Dame B8, Matt-Setzung, König D5 und dann Dame D6, Schachmatt. Deswegen hat Miloš Pirunovic hier an der Stelle aufgegeben. Es hätte auch nichts genützt, ähm, ähm, wenn man zum Beispiel hier an dieser Stelle nicht Turm F7, darf ich nochmal kurz zurück, nicht Turm F7 gespielt hätte, sondern gleich König E5, aber schaut mal, es ist ja, es ist ja fast müßig, ne, mit der Dame oder mit dem Bauern, wahrscheinlich sogar mit dem Bauern, ähm, und wenn man jetzt, wenn jetzt Schwarz noch in diesem kompletten Verteidigungsmodus schaltet, das Problem ist der König. Ich wiederhole mich da gerne, schaut mal, Dame F6, Dame B8 und, äh, ja, Dame D6 und was machen wir jetzt? Wir können auch Dame GA spielen. Wir können quasi Schwarz an der kurzen Leine halten, ne, da ist nichts zu holen, das ist einfach kaputt und wenn man jetzt hier nimmt, dann spiele ich Turm F1 und das führt alles zu nichts. Der Computer gibt dir übrigens einen Matt in 8 an. Also, eine wunderbare, äh, Partie von Frederiks Warne, überzeugende Angriffsleistung, wie ich finde und so spielt man mal gegen den Taimanov-Sizilianer. Wahnsinn, also hat mich beeindruckt, der kleine Fehler, Turm CD8, erinnert ihr euch, und, äh, wie man das ausnutzt als Top-Großmeister. Ich hoffe, das hat euch gefallen und, äh, wenn ja, dann lasst ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst und denkt dran, ich sehe natürlich noch ein paar Videos, äh, bevor das Krenke Open startet, aber, äh, ich habe euch schon mal informiert, natürlich trifft sich die Schachwelt, ähm, in, in, in Karlsruhe in den kommenden Tagen und hoffentlich treffen wir uns da auch mal, das wäre schön. Also, in diesem Sinne, macht's gut, hoffentlich hat's euch gefallen, habt einen schönen Tag, tschüss.